Herzlich willkommen in meinem Podcast Lebensfreude Leichtigkeit. Wenn du Narzissmus erlebt hast und das Erlebte aufarbeiten möchtest, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Daniela Kreisig und ich helfe dir dabei, dass du wieder in deine Lebensfreude und in deine eigene Leichtigkeit kommst. Lass dich inspirieren, lass dich stärken, lass dich ermutigen, denn es gibt ein wunderschönes und großartiges Leben, auch nacherlebten Narzissmus, das nur darauf wartet, dass du es dir holst. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und dass du dir die Zeit für dich nimmst. Wie du vielleicht weißt, kann Narzissmus ganz, ganz tiefe Narben hinterlassen und Menschen, die von narzisstischem Missbrauch betroffen sind, die kämpfen natürlich auch ganz oft mit Gefühlen wie Unsicherheit, Scham, Schuld und natürlich einem stark beeinträchtigten Selbstwertgefühl. Und in dieser Folge soll es deshalb um diese Fragen gehen, zum Beispiel, worin unterscheidet sich echte Sicherheit von Scheinsicherheit? Weil, wie der Titel dieser Folge schon sagt, ist Scheinsicherheiten aufbauen eine typische Folge von Narzissmus. Und es geht auch darum, warum es eben Menschen, die Narzissmus erlebt haben, schwer fällt, echte Sicherheit überhaupt erstmal zu empfinden. Und auch, was haben Schuld, Scham und ein schlechtes Gewissen mit Angst zu tun? Und was haben traumabedingte Glaubenssätze mit unserer Identität zu tun? Und natürlich gebe ich dir zum Schluss wieder einige Lösungsvorschläge, Lösungsansätze, wie es dir gelingen kann, Glaubenssätze und Glaubenssysteme aufzulösen. Und wie immer geht es nicht nur um narzisstische Männer, sondern auch um narzisstische Frauen. Das heißt, wenn ich von Menschen mit narzisstischen Verhaltensweisen spreche, dann meine ich immer beide Geschlechter, weil es sowohl bei Männern als auch bei Frauen gleichermaßen auftritt. Okay, kommen wir zum ersten Punkt. Worin unterscheidet sich echte Sicherheit von Scheinsicherheit? Und echte Sicherheit ist in uns drin ein ganz tief verwurzeltes Gefühl von Gebogenheit, Sicherheit und Vertrauen. Das heißt, echte Sicherheit ist das Ergebnis von stabilen, gesunden Beziehungen, die wir in unserer Vergangenheit respektive in der Kindheit erfahren haben und, falls wir das nicht in der Kindheit erfahren haben, von innerer Arbeit, also viel innerer Arbeit. Und Menschen, die eben diese echte Sicherheit in sich selbst erleben, die fühlen sich in sich selbst sicher und die vertrauen auf ihre Fähigkeit, Herausforderungen, Probleme zu meistern. Auch wenn sie noch nicht wissen, wie, auch wenn sie vielleicht noch keine Lösung haben, aber tief in sich drin wissen sie, ich schaffe das, ich kriege das hin. Und sie wissen auch, dass sie Unterstützung bekommen, wenn sie sie benötigen. Und sie können eben auf ihre eigenen Fähigkeiten und ihre eigenen Ressourcen vertrauen. So, und jetzt kommen wir zur Scheinsicherheit. Was ist Scheinsicherheit? Scheinsicherheit ist eine Illusion. Eine Illusion, die ganz oft auf äußeren Faktoren basiert, wie eben zum Beispiel Status, materieller Wohlstand oder die Zustimmung oder das Wohlwollen von anderen Menschen. Das bedeutet, Scheinsicherheit ist völlig instabil und kann natürlich ganz, ganz leicht zerstört werden, wenn sich die äußeren Umstände ändern. Und wie wir alle wissen, ändern sich diese äußeren Umstände ganz, ganz schnell oder sie können sich ganz, ganz schnell ändern. Das kann sein durch eine Kündigung oder durch eine Insolvenz oder dass jemand verlassen wird, eine Freundschaft gekündigt wird, eine Beziehung aufgelöst wird. Und das wissen wir alle, kann jederzeit passieren. Davon ist niemand oder davor ist niemand von uns gefeit. Und Menschen, die sich in solch einer Scheinsicherheit wiegen, die versuchen dann ganz oft, Unsicherheiten, also innere Unsicherheiten durch Kontrolle oder durch Perfektionismus zu kompensieren, was aber letztlich nur zu noch mehr Unsicherheit führt. Und Fallbeispiele für Scheinsicherheiten und echte Sicherheiten sind zum Beispiel, dass ein Beispiel für Scheinsicherheit eine Person ist, die sich in einer Beziehung mit einer narzisstischen Person befindet und eben glaubt, dass diese Beziehung sie schützt, ihr Sicherheit gibt und sie glücklich macht. Aber in Wirklichkeit ist diese Beziehung von Manipulation geprägt, von Kontrolle geprägt. Und sobald jetzt der Partner oder die Partnerin seine Zuneigung, seine Aufmerksamkeit zurückzieht, in dem zum Beispiel die Schweigebehandlung vollzogen wird, also dass dann Tage oder Wochen nicht gesprochen wird, dann bleibt natürlich die andere Person mit einem sehr, sehr schmerzhaften Gefühl der Verlassenheit zurück. Und ein Beispiel für eine echte Sicherheit ist eine Person, die sich in einer gesunden, unterstützenden Beziehung befindet, in einer Beziehung auf Augenhöhe und wo diese Person ganz genau weiß, dass sie auf ihren Partner zählen kann. Aber vor allem, und das ist ganz, ganz wichtig, sie kann auf sich selbst zählen. Weil diese Person hat ein starkes Selbstwertgefühl und sie fühlt sich sicher, weil sie selber gesunde Grenzen setzen kann und eben auf ihre eigenen Fähigkeiten und Ressourcen vertraut. Und weil sie weiß, dass sie eben die Herausforderung lösen kann, auch ohne Partner. Aber mit Partner oder Partnerin, mit einem unterstützenden Umfeld geht das natürlich alles viel, viel leichter. Und weil eben der Partner, die Partnerin sie auch wirklich in schwachen Momenten unterstützt, das natürlich auch schon mehrfach gezeigt hat, bewiesen hat. Aber wie gesagt, der wichtige Unterschied ist, dass die Person in sich selbst die Sicherheit hat. Das heißt, ihre Sicherheit ist nicht abhängig vom Verhalten von anderen. So, und warum fällt es jetzt Menschen, die Narzissmus erlebt haben, eigentlich schwer, echte Sicherheit zu empfinden. Und Menschen, die von narzisstischen Missbrauch betroffen sind oder betroffen waren, die haben natürlich oft ein sehr verzerrtes Verständnis von Sicherheit. Weil, wie du sicher weißt, manipulieren narzisstische Menschen ihre Opfer, indem sie sie von ihren eigenen Gefühlen der Sicherheit und der Selbstachtung trennen. Das passiert durch Gaslighting, durch emotionale Manipulation und natürlich wie immer durch Kontrolle. Und damit wird das Selbstwertgefühl des Opfers zerstört. Und das macht es dann natürlich schwierig, echte Sicherheit zu empfinden. Weil ohne Selbstwertgefühl kein Gefühl der Sicherheit. Und da Menschen mit narzisstischen Verhaltensweisen oft auch dazu neigen, ihre Opfer glauben zu lassen, dass sie der einzige Schutz vor der in Anführungszeichen bösen, gefährlichen Außenwelt sind, entwickeln natürlich die Opfer ganz oft oder eigentlich fast immer eine Abhängigkeit von einer narzisstischen Person. Und ein ganz typisches Beispiel dafür ist, dass eben Freunde oder gute Bekannte der betroffenen Person schlecht gemacht werden, sodass Betroffene den Kontakt zu diesen Menschen dann reduzieren oder schlimmstenfalls sogar ganz abbrechen. Und damit machen sie sich natürlich noch mehr abhängig von der narzisstischen Person. Und diese Abhängigkeit fördert das Gefühl der Scheinsicherheit, das auf der Zustimmung oder eben der Anerkennung der narzisstischen Person basiert. Und sobald aber die narzisstische Person verschwindet oder sie eben ihre Zuneigung zurückzieht, wenn es quasi wieder in die Bestrafungsphase geht, dann bricht das Gefühl der Sicherheit bei der betroffenen abhängigen Person völlig zusammen. Und es bleibt, wie gesagt, nur ein Gefühl des Verlassenseins und der Unsicherheit. Und daraus oder ja oder darauf folgt häufig ein Gefühl von Schuld und Scham. Das heißt, Betroffene schämen sich, dass ihnen das passiert ist, dass sie es nicht rechtzeitig erkannt haben oder dass sie nicht rechtzeitig den Absprung geschafft haben. Ich höre das ganz, ganz oft in meinen Coachings, dass die Menschen mich fragen, warum habe ich nicht Schluss machen können? Warum habe ich nicht gehen können? Warum habe ich das erst jetzt erkannt? Und, und, und. Und damit sind wir auch bei der nächsten Frage, was haben denn Schuld und Scham und ein schlechtes Gewissen mit Angst zu tun? Und wie gerade gesagt, Schuld, Scham und ein schlechtes Gewissen sind oft das Ergebnis von narzisstischer Manipulation. Das heißt, Menschen mit narzisstischen Verhaltensweisen, die nutzen diese Gefühle, um eben Kontrolle über ihre Opfer zu behalten und um sie damit vor allem in einem Zustand von permanenter Angst zu halten. Wenn Menschen von Narzissmus betroffen sind, fühlen sie sich ganz oft schuldig oder schämen sich für Dinge, für die sie gar keine Verantwortung tragen. Und diese Schuld nehmen sie auf sich, weil sie eben von der narzisstischen Person manipuliert werden. Beispiel ist eben die Schweigebehandlung, Silent Treatment. Das heißt, das ist eine Manipulationsstrategie, wo die narzisstische Person schweigt und den Partner oder die Partnerin mit Nichtbeachtung straft. Das kann ein paar Tage gehen, das kann schlimmstenfalls auch ein paar Wochen gehen. Ich habe aber auch Kunden, die mussten das mehrere Monate aushalten. Und das ist natürlich mit das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann, weil damit wird natürlich das Bindungsgefühl, das Zugehörigkeitsgefühl komplett erschüttert. Und das halten die wenigsten Menschen aus. Das ist auch nichts, was man aushalten muss. Also es geht jetzt mir nicht darum zu sagen, du musst das bloß aushalten. Um Gottes Willen, nimm lieber die Beine in die Hand und renn weg. Aber was viele halt machen, ist, dass sie dann eben die Schuld für etwas auf sich nehmen, was sie gar nicht getan haben, für was sie gar nicht die Verantwortung haben. Und das tun sie, damit bitte die andere Person wieder ihre Zuwendung gibt, wieder mit dir spricht. Und das ist natürlich ein ganz, ganz toxischer Kreislauf. Und diese negativen Emotionen, die verstärken natürlich die Angst und die Unsicherheit, die durch diesen narzisstischen Missbrauch entstehen. Und wenn ein Mensch Schuld oder Scham empfindet, dann entsteht natürlich daraus wieder eine tiefe Angst, davor abgelehnt oder verurteilt zu werden. Und diese Angst kann dann dazu führen, dass sich eben die betroffene Person zurückzieht, sich anpasst oder versucht, den Erwartungen der narzisstischen Person zu entsprechen, um eben die Illusion der Sicherheit wieder aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Und folglich tut sich dieses ständige Angst und Unsicherheitsgefühl wieder negativ auf das Selbstwertgefühl auswirken und völlig logisch auch auf die ganz allgemeine psychische, mentale Gesundheit. Und dadurch entwickeln sich natürlich Glaubenssysteme, die unsere Identität beeinflussen. Weil wenn Menschen traumatische Erfahrungen gemacht haben und Manipulationen durch narzisstische Verhaltensweisen sind definitiv traumatische Erfahrungen, dann führt das bei Betroffenen oder dann kann das bei Betroffenen zu einer verzerrten Wahrnehmung der Realität führen. Das heißt, diese Glaubenssysteme, die oft von eben diesen negativen Überzeugungen über einen selbst geprägt sind, die basieren auf den Manipulationen und Lügen von einer narzisstischen Person. Und folglich sind diese negativen Überzeugungen natürlich tief in der Identität des jeweiligen Opfers eingebettet und sie beeinflussen dann ganz erheblich, wie der Betroffene sich selbst und vor allem auch die Welt um sich herum sieht. Das heißt konkret, dass zum Beispiel jemand über sich selbst glaubt, dass er nicht liebenswert oder dass er nicht wertvoll ist oder dass jemand ständig um die Anerkennung anderer kämpfen muss, dass er keine Aufmerksamkeit oder Zuwendung verdient hat, wenn er nicht kämpft oder wenn er nicht immer wieder beweist, dass er gut ist, dass er besser ist als andere. Und wer all diese negativen Gedanken über sich selbst hat, für den ist es logischerweise fast unmöglich, ein gesundes Selbstverständnis zu entwickeln. Okay, also wie kann es nun gelingen, Glaubenssätze und Glaubenssysteme aufzulösen. Und hier sei zuerst mal gesagt, dass das Auflösen von solchen Glaubenssätzen und Glaubenssystemen Zeit braucht, Geduld braucht und dass das eine tiefe innere Arbeit ist. Und der erste Schritt besteht darin, sich dieser negativen Überzeugung bewusst zu werden und zu erkennen, wie sie sich auf dein Leben auswirken. Und natürlich, ein guter Coach kann hier auf jeden Fall dir sehr, sehr wertvolle Unterstützung leisten. Und wenn du mich dazu an deiner Seite haben möchtest, dann buch dir gerne einen kostenlosen Kennenlerntermin in meinem Kalender. Den Link dazu findest du hier in den Shownotes. Brauchst du nur draufklicken, in Kalender gucken, schauen, welche Zeit für dich passt und dann sehen wir uns per Zoom. Und der erste Schritt ist dann, dir bewusst zu machen, dass die Scheinsicherheiten, wie eben das Sammeln von Status-Symbolen dein Versuch sind, innere Sicherheit aufzubauen. Daran ist gar nichts verwerflich und das ist auch nicht unnormal, weil vielleicht hast du jetzt den Gedanken, wie auch ganz viele meiner Kunden, die mich dann immer anschauen und sagen, das ist doch nicht normal. Doch, doch, das ist normal. Das ist ein normales Verhalten auf unnormale Situationen, die in deiner Vergangenheit stattgefunden haben. Und von daher, falls du dich gerade selbst innerlich auspeitscht und kritisierst, das kannst du bitte sofort beenden und bitte ab sofort ganz, ganz liebevoll im inneren Dialog mit dir selbst sein. Wenn du Narzissmus erlebt hast, dann hast du genug Abwertung und Kritik erfahren in den letzten Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten. Meine Liebe, mein Lieber, das musst du nicht noch jetzt weitermachen. Okay? Du kannst jetzt die erste Person sein, die ab sofort ganz, ganz liebevoll mit dir spricht und die diesen inneren Scharfrichter in die Wüste schickt. Okay? Also rede liebevoll mit dir im inneren Dialog und hör auf, dich selbst innerlich auszupeitschen und zu kritisieren. Damit machst du dich nur noch kleiner. Und Schritt zwei ist, dass du dich zum Beispiel hinsetzt und aufschreibst, was du über dich selbst denkst. Und ja, diese Arbeit ist jetzt, die macht jetzt nicht wirklich Spaß. Im Gegenteil, die kann sehr, sehr unangenehm sein, wenn du hier und darum bitte ich dich, dir selbst zuliebe, ehrlich und offen mit dir selbst bist. Du musst das Geschriebene niemandem zeigen und du musst es auch niemandem erzählen. Ich weiß, bei innerer Arbeit und wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, sind viele hier in Deutschland noch nicht so weit, dass sie es bei sich selbst anwenden und dass es normal ist, an sich selbst zu arbeiten. In anderen Ländern sind die da inzwischen viel weiter, die gehen viel offener damit um und es wird viel mehr gemacht, weil man erkannt hat, dass es eben nicht nur um einen gesunden Körper geht, sondern auch um unseren Geist, um den wir uns kümmern dürfen. Körper, Geist, Seele, das ist ganzheitlich. Wenn unser Geist negative Sachen gespeichert hat, dann wirkt sich das auch negativ auf den Körper aus. Und es ist ja nun inzwischen auch ganz, ganz viel in Studien nachgewiesen, dass auch ganz viele körperliche Symptome und die Ursachen von Krankheiten psychosomatische Ursachen haben und die Ursache quasi im Geist liegt. Das heißt, wir dürfen uns darum kümmern. Also schreibe auf, was du über dich selbst denkst und das kann zum Beispiel sein, ich muss um alles kämpfen, ich bin nicht gut genug, ich habe kein Glück verdient oder oder oder, was da kommt. Und wie gesagt, ja, das kann unangenehm sein, das für sich zu erkennen und deshalb ist die Arbeit an sich selbst auch nur etwas für Mutige. Alle anderen lenken sich weiter ab, vermeiden Unangenehmes, lächeln es weg, lachen andere aus und die dürfen irgendwann auch dahin kommen, an sich zu arbeiten. Es ist auch okay, wer jetzt noch nicht soweit ist. Und wenn du aber soweit bist, dann fang jetzt an. Du ersparst dir viele Jahre Schmerz und nimm dir ein Beispiel oder oder nimm die, wie soll ich denn sagen, die, den Hinweis vieler Kunden von mir, die auch schon 60 Jahre alt sind oder oder über 55 und sagen, warum habe ich das nicht 20 Jahre eher gewusst? Wie hätte mein Leben schon schön sein können, wenn ich das einfach eher gewusst hätte? Und deshalb die herzliche Einladung an dich. Du kriegst jetzt die Einladung, du erfährst es jetzt und wenn du es nicht umsetzt, dann kann ich dir jetzt auch erst mal nicht helfen. Aber ich gehe davon aus, du bist in meinem Podcast und damit bist du jemand, der verändern will, der es langfristig wieder voller Lebensenergie, voller Lebensfreude, voller Leichtigkeit haben will und deswegen wirst du jemand sein, der das Ganze umsetzt. Also, wenn du dann alles notiert hast, alles, was du über dich denkst, dann frage dich bei jedem einzelnen Satz, wie könnte mein Leben aussehen? Was würde ich tun, heute, morgen, wenn dieser Satz gar nicht stimmt? Wenn zum Beispiel der Satz, ich muss um alles kämpfen, was wäre, wenn das nicht stimmt? Was würdest du heute tun, was würdest du morgen beginnen, wenn es nicht stimmt, dass du um alles kämpfen musst? Oder auch, ich habe kein Glück verdient, was wäre, wenn das nicht stimmt? Gib dich einfach mal in diese, ja, dieser hypothetischen Frage hin und lass deiner Fantasie freien Lauf. Und wenn du da richtig reingehst, da werden sich ganz, ganz viele Möglichkeiten für dich finden, was du tun kannst. Und dann heißt es umsetzen und machen. Und natürlich gehen wir an dieser Stelle im Coaching noch viel, viel tiefer rein und lösen auch die Glaubenssätze auf, an die du jetzt selbst nicht herankommst. Und das sind leider auch einige. So ehrlich möchte ich mit dir sein. Mit dieser Übung kannst du wunderbar anfangen. Das ist, wie gesagt, ein wunderbarer erster Schritt. Aber damit kommst du an die Glaubenssätze, die an der Oberfläche liegen. Das ist auch schon wichtig. Aber die tiefer Liegenden, die drunter Liegenden, dazu braucht es Unterstützung. Also, wie gesagt, so ehrlich möchte ich mit dir sein, dass dieser Schritt, den ich dir jetzt hier mitgegeben habe, ist nicht das Allheilmittel, mit dem du alles aus der Welt räumen kannst. Es ist ein Anfang. Und wie gesagt, ich lade dich ein, mach auf jeden Fall den Anfang. Und der nächste Schritt ist, dass du dich darauf konzentrierst, dass du dich mit Menschen umgibst, die dir gut tun und die dich unterstützen. Menschen, die dich ermutigen, die an dich glauben und die dir Freude bringen, wo du dich gut fühlst, die dir gute Energie geben. Weil auch das kann dein Gefühl der inneren Sicherheit stärken. Okay? Also, Schritt 1, nochmal zusammenfassen. Mach dir bewusst, dass diese Scheinsicherheiten, wie das Sammeln von Statussymbolen, dein Versuch sind, innere Sicherheit aufzubauen und komm dahin, dass du für dich sagst, es ist okay. Ja, bisher habe ich es nicht besser gewusst, besser habe ich es nicht besser gekonnt und es ist okay, dass ich das bisher so gemacht habe. Und Millionen, viele, viele Millionen haben das genauso gemacht. Weil, wie gesagt, es ist ein normales Verhalten auf unnormale Situationen aus deiner Vergangenheit. Das können deine Eltern gewesen sein, das können Großeltern gewesen sein, Lehrer, das kann aber auch Partner gewesen sein. Schritt 2, setz dich hin und schreibe diese Glaubenssätze auf, was du über dich selbst denkst. Und Schritt 3, such dir Menschen, die dich unterstützen, die an dich glauben, die dich ermutigen und den anderen, die das nicht tun. Wenn du den Kontakt nicht reduzieren kannst, dann erzähle ihnen nichts davon. Weil mit ziemlicher Sicherheit werden sie das Ganze belächeln, sie werden es klein machen und das ist das, was du jetzt gar nicht gebrauchen kannst. Also such dir die Menschen, die dich unterstützen. Ja, okay, damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt und wenn du einiges für dich mitnehmen konntest, dann freut mich das sehr. Setz es bitte um. Wenn du meine Unterstützung auf deinem Weg haben möchtest, dann buch dir gern einen kostenlosen Kennenlerntermin. Wie gesagt, den Link findest du in den Shownotes und dann sehen wir uns per Zoom. Und wenn du Fragen hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail und wenn du mehr Content von mir möchtest, dann folg mir auf meinen Kanälen. Du findest mich auf TikTok, auf Instagram, auf LinkedIn und auf YouTube. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin eine gute Zeit für dich und alles Liebe, deine Daniela. Tschüss!